Herzlich Willkommen zu einer neuen Staffel von Don't Starve. Heute dabei der Hendrik. Hallo. Und ein neues Mitglied in der Don't Starve Community, der Chris. Haha, hallo. Ja, wir sind jetzt hier bei Staffel 4, versuchen es erneut diese Staffel mal über 4 Parts zu kriegen. Hat aber am letzten Mal nicht so gut geklappt. Wieso, Staffel 3 war da ewig? Ich habe von Staffel 4 geredet, als wir sie versucht haben das erste Mal aufzunehmen. Achso, okay. Reden wir aber nicht lange um den heißen Pfeil rum, wir selecten mal. Ich bin der Gentleman Size Scientist irgendwas. Scientist? Hier, sieh mal ja, sieh mal ja. Bist der verrückte? Hendrik ist die Michorei-Frau und Chris ist der Noob-Charakter. Können wir mal sagen, dann haben wir gleich mal in die Richtung. Das können wir vergessen, wir müssen mehr oder weniger sterben helfen. Ich schaffe mir nicht, ein Feuer zu machen. Ja, es sei denn, einer findet noch Schnifflin. Chris, du kennst die Spielmechaniken. Ja, ich habe da vorhin schon mal zwei Stunden gezockt. Zumindest ihr das weißt. Ich habe Flint gefunden. Ich habe Bären gefunden. Naja, ich auch. So Hendrik, du weißt unsere Grundsätze? Bluten bleiben. Buffet. Und Gold. Ich habe Flint gefunden. Das ist unsere Grundsätze. Also such nach Buffet hin und such nach Gold. Wenn du das machst, sind wir alles zu tun. Uh, ich habe... Ich habe... Oh, ich habe eine Karte gefunden. Und dich dabei nicht nubisch versetzen lässt. So sowas. Chris, denk dran. Alle Gerichte, die du hast, immer vorher kochen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber bei bestimmten Pilzen klappt es nicht so wirklich, oder? Kann das sein? Pilze nicht essen. Oder auch nicht gekocht, oder? Auch nicht gekocht. Pilze geben dir immer Lebensschaden. Nur dein Gehirn füllt es halt auf. Ähm, ist es eigentlich prinzipiell... Hat jemand viel Gras? Ich habe Gras. Ne, nicht wirklich viel. Ähm... Ist das prinzipiell so, dass das Essen nur total wenig aufgewertet wird? Weil zum Beispiel bei... Oh man. Ähm, zum Beispiel bei Samen. Dein Feuerzeug, Chris. Ähm, ich kann mir eine Fackel machen. Mach dir das Feuerzeug an! Ja, schön. Es ist zu spät. Der ist ein Vollidiot! Ich fass es nicht. Diesen Satz werden wir noch öfters hören. Tipp ich darauf. Bei den Folgen, wo ich dabei bin. Ganz ehrlich. Der hat... Der hat den Noob-Charakter. Mit dem Noob-Feuerzeug. Alles gut. Wir müssen die Hendrik am Anfang der Session schon gleich... Oh, der Staffel... Den allerwertesten Tag zwei Stunden und... Und Chris, mit wem hast du immer geübt? Also in den zwei Stunden, mit wem hast du gespielt? Na, auf irgendeinem Server. Nein, mit wem? Mit welchem Charakter? Ach so. Mit dem Noob-Charakter. Machst du da jemals dieses Feuerzeug auch benutzt? Ähm, ne. Hahahaha. Warum nimmt man diesen Tag, wenn man das nicht nutzt? Ich weiß, dass es dann voll zurückkippt. Der Charakter ist geistig labiel. Hör mir zu. Aber es war prinzipiell so, dass ich am Anfang nicht herausgefunden habe, wie ich das Feuerzeug benutze. Und dann dachte ich mir, ja gut, fick dich nicht. Und dann hab mir immer ne Fackel gemacht. Soll man es nicht gleich blicken? Ich hab grad ganz gruselige Geräusche gehabt. Echt? Für die zuhause? Nee. Äh, wie mach ich jetzt das Feuerzeug an? Ich bräuchte eins. Nein, du wählst es aus und dann equipst es du. Ja, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ich quittest es. Ah, na endlich. Äh, bringen Blumen eigentlich was? Blumen bring dir... Ich aufsammeln, lass die Blumen wo sie sind. Blumen bring dir IQ, aber... Ja, das brauchst du. Du brauchst du. Also lass sie. Lass sie einfach da wo sie sind, wir brauchen sie später noch. Äh, Chris, du flückst keine Blumen. Du füllst dann die Kuh auf, indem du in dem Feuer stehst. Juhu. Blumen nützen dir zwar auch was, aber bau uns mehr. Oh, da ist ein Rabbit. Für uns sind sie wichtiger. Das ist schön, dass da ein Hase ist, den kannst du dann in Ruhe lassen. Seien du brauchst dir ne Falle. Und dann lässt du den trotzdem am Leben, wir brauchen den noch. Mh... Neues Apple? Am Tag 1 brauchen wir noch nicht. Am Tag 1 brauchen wir noch nicht. Erstmal so, aber... Am Tag 1 darf ich Ihnen gerne essen. Am Tag 1 darf ich Ihnen gerne essen. Umso früher mal anfängt, umso besser, ne? Ja. Erstmal in Lager würde ich sagen. Ja, aber trotzdem... Unsere Grundsätze heißen nicht, äh, Hasen mitnehmen und danach befehlen. Nein, sie heißen für Astro. Hat einer Gold gefunden? Ne. Ich musste schmerzlicher Weise... Westschilder sein. Boah, Alter, das raue ich so dämlich hier gerade bei mir. Warum? Also, wegen Meer. Wasser. Dann fahr die Sound so ein bisschen runter. Na ja, mach mal keinen Stress. Oh, das ist ne Biene. Ich glaube, wenn du ne Chris hier erlaubt, dann finde ich noch... Chris, lass die Bienen in Ruhe. Chris, wenn du die Bienen nicht in Ruhe lässt. Ich laufe hier nur lang und für die... Bären. Das macht nichts. Das ist schön, aber nicht die Bienen. Ich hab Gold gefunden. Sozusagen. Ey, hier hat einer schon ne Wüste ausgeräumt. Ist derjenige nach links oder nach rechts gelaufen? Nach links. Warteil nicht, weil ich das... Meinst du, so ne, so ne... Da müsste auch ne Falle sein, wenn du bei mir bist, weiter oben. Mal so Leute, ich hab... Ich hab jetzt... Oh. Hallo Alex, jetzt nimm ich mir hier deine Bären weg, oder was? Ich glaub, wo... Klar ist... Wir essen... Im besten Gang... Hat er den Stein im Süden? Das. Übersehen? Äh, ne, nicht wirklich. Doch. Ne. Du bist der... Schweinedorf. Ich bin nicht weit im Westen... Schweinedorf und neuner Karottenfarm. Äh, Gold. Episch. Gold, episch. Chris, hast du ihn da folgt zu vermelden? Äh... Ich hab Gold, Alex hat ein Schweinedorf. Mit Schweinekönig. Äh, jetzt muss ich gucken. Komm, da ist ein Schweinekönig. Äh, ich hab was gefangen in meiner Falle. Ich hab nen Hasen gefangen. Das ist jetzt echt. Das hab ich hingewissen. Krass. Ist das auch okay? Hast du es wirklich geschafft, einen Hasen zu fallen? Ja. Das müssen gekriegt. Ich hab ne Falle aufgestellt. Er hat in Hasen gebettelt. Bitte, bitte geh in meine Falle. Da hab ich gesagt, okay. Ich hoff mal, der bringt mich jetzt nicht mehr um. Und Chris, die Schweine lässt du auch in Ruhe? Ich hab das schon so ein bisschen verstanden. Ey, hier ist ne richtige Steinwüste. Hier sind ein Haufen Gold. Perfekt. Hotfee nur noch Hotfee. Chris, hast du das Schweinedorf gekonnt übersehen, oder? Ich hab's gesehen, aber du warst da. Achso. Ja, weil du einfach geradewegs durchgelaufen bist. Ja, ne, ich dachte mir, gut, du warst da jetzt halt, brauch ich jetzt nicht schon weiter erkunden. Naja. Okay, gut. Oh, ich hab elf Beeren. Wow, Wahnsinn. Ich hab 14 und hab 24 Karotten. Ich hab 5 Gold. Ich hab 6 Karotten. Ach komm, hör mir auf. Ja. Achso. Einen nehmen wir uns da auf die Sicht im Großen ab. Äh, ich hab hier nen Spinnennest gefunden. Ich auch. Nur so. 1, 2, 3, 4. Tote. Tote Spinnen. 1, 2, 3, 4. Hast du nen Schwein, oder wie? Nein. Aber ne Axt. Ah, gut. Ja, und mit ne Axt schotten wir hier alles. So, Alex und ich haben da schon regelrecht die Spinnen abgeräumt. Gut, dann versuch ich mich jetzt auch mal, oder? Soll ich nicht? Nee, jetzt versuch ich hier gar nix mehr. Weil ich fäll noch mal Bäume. Ich hab einmal Spider-Glen. Hier liegt Gold rum, okay. Ich bin auch glücklich. Ich hab einmal Spider-Glen. Hier ist n Haufen Gold am rumliegen. Warum hat das keiner mitgenommen? Natürlich nicht. Dass jemand konnte übersehen? Nein, ich nicht. Ich hab keinen einzigen Goldfels gesehen. Ich auch nicht. Ey, hier liegt ein Gold nach jetzt einfach so rum. Ja, bin ich nicht vorbeigekommen. Ich auch nicht. Das ist wirklich schlimm. So ein Friedhofsgebiet. Ja, weiß nicht. Keiner war in dem legendären Friedhofsgebiet. Ey, die Nacht übersteht jetzt jeder selbst, oder? Ja, hoff ich. Chris, du überlebst die Nacht immer. Ich hab mit Hendrik gesprochen. Ja, ich hab genug. Ich meine, hab schon. Ich meine, Chris, du überlebst die Nacht, aber ich hab eigentlich mit Hendrik gesprochen. Chris, du überlebst die Nacht, aber bei Hendrik bin ich nicht so süß. Achso, ich hab genug für ein Feuer. Ja? Ich mach dann einfach mal das das Firefit. Das ist ja nicht dagegen, oder? Äh, halt. Doch, hab ich. Ich hab ja grad gedacht. Jetzt geht da aber los, ja. Jaaaa. Ich dachte mir jetzt, warum hat der jetzt nicht auch mit Nein geantwortet? Hab ich mir da nie über die Namen gedacht gemacht, doch. Aua. Jaaaa. Hast du jetzt verschaden bekommen durch eine? Jaaaa. Spiel hin, ne? Jaaaa. Das waren vier auf einmal. Ja gut, das ist möglich. Okay. Ah, ich hab mit Kreuzstein. Das macht sogar den Skiller Alex zu schaffen. Ey. Soll ich den Wald dann zünden? Lass es mal lieber, ich könnte in dem Wald drin sein. Oh, das macht's noch besser. Ja, ich merke schon. Das macht's noch mehr, das macht's noch mehr lustig. Noch mehr lustig. Ich find das Spiel so lustig. Zum Spiel des Wartes zur Wald. Ja, da ist nix mit lustig. Komm mal gucken, ich hab irgendwo noch meine Pfanne aufgestellt. Da hat jemand einfach mal gekonnt, alle Karotten übersehen. Dennoch alle Bernbüsche. Ich weiß es nicht. Ich hab für dich dagelassen, dass du auch mal was zu essen hast. Ja, ja. Das war gekonnt, gewollt. Ich hab mir das Gefühl, dass ich hier gleich an einem Dorf das Schweine einfach... Ich hab'n Gefühl, dass ich jetzt hier mal einen Wald anzünden muss. Weil? So, er brennt. Warum? Warum? Da hab ich's denn jetzt auch. Weil? Weil ich Bock hatte. Weil? Reicht. Komm, brenn weiter. Okay, meine Falle ist noch aufgestellt. Äh, wo ist mein Fahrzeug? Hier. Fuck, es ist nass. Alter, scheiße. Ich bin eingekesselt. Der Wald brennt. Das ist ein Fall, Edi. Habe ich dir das schon mal gesagt. Au! Uh! Der Wald hat gebrennt. Laufst du eigentlich mit WASD oder navigiert ihr mit der Falle? Ähm, ich navigiere mit IJKL, Chris. Ich bin Linksenner. Das ich mach' mehr als die. So wie das die Skiller machen. Ja, aber man kann das ja auch mit der Maus machen. So wie das die recht sind, die Skiller machen. Nichts gegen Linksen. Ja, aber man kann's ja auch mit, ähm... Alex, das... Der Maus... Man kann's ja auch mit der Maus machen. Ich kann's ja auch nicht unterbrechen, Hendrik. Du hast ja gar nicht gesagt. Ich hab' die ganze Zeit versucht, was zu sagen. Dann hätt' ich dich weiter abwürgen müssen. Okay, der Weitband hat sich weit ausgebreitet. Und? Alex? Herr Chris, was sagt dein Charakter zum Baum? Hä? Herr Chris, einer sagt bestimmt sowas, wär' schöner, wenn er brennen würde. Ja, ich weiß. Aber ich wollt' jetzt mal gerne wissen, ob... Fuck, ich brenne! Ah! Ich wollt' jetzt gerne mal... Ich übersteuere mal komplett, wenn ich schreie. Ja. Ich wollt' jetzt mal wissen, Chris, ob du's schaffst, den Baum auch anzuquatschen. Ey, das Spinnnetz drin. Entschuldigung. Nein, das ist schlecht. Oder gut. Ich weiß noch. Hängt davon ab, ob ich gleich brenne. Ah, na, endlich. Endliches Tag. Ich hab' Öffel gefunden. Was, wirklich? Ernsthaft? Wirklich? Jaaa, soll ich dich angreifen? Oder was soll ich damit machen? Ach Gott, Alter, Chris! Du bist auf die Bühne. Wenn du einen davon eingreifst... Dann war's das! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Drei Feinti vom Feinti ist mir egal. Ich glaub's dir. Oh, warum waren die euch vorhin? Warum waren die euch vorhin so wichtig? Ähm, die waren uns vorhin nicht noch wichtig, nein, die sind uns immer noch wichtig. Ja. Wir müssen da hin, Chris, da ist unser Lagerstätte. Okay... Kannst du mal deine Koordinaten durchgehen? Nein, komm einfach mal zum Schweinendorf. Schweinedorf FTW? Das ist ein Wurmloch. Ein Wurmloch? Schweinedorf ist weit weg. Weit, weit weg. We wish you were my best. We wish you were my best. We wish you were my best. Wenn sie vergessen, ist letztlich mal mehr Weihnachten. Neues Jahr, ja. Das läuft mal von mir. Neues Jahr, weißt du was? Die Leute, die das Video sehen, die haben auch ein neues Jahr. Stell dir vor. Wow. Damit hätte jetzt keiner gerechnet. Das sind Facts hier am Rande, also. Laufenden weit. Hoffentlich läuft es nicht so weit. Ja, Chris, ich bin langsam im Schweinendorf. Ja, schön. So ganz langsam. Alex, weißt du, was ich am liebsten mache? Vom Server diskontaktieren, wenn die Nacht zu dunkel wird. Und du gerade mal wieder kein Feuer machen kannst. Ja. Oder einfach nur hack, 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 hack. Und dann warten, dass die Golem kommt. Und mich dann wieder aus dem Konzept bringen. Sein. Ja, genau. So, ich bin am Schweinendorf. Okay, warte. Wo ist denn das Schweinendorf? Ich finde hier nur für einen Schweinendorf. Du? Ja, mach mal keinen Stress. Ich mach also Bären und die Karotte nehme ich jetzt ja auch noch mit. Mach doch keinen Stress, Bro. Wetten, ich muss nach Nordwesten. Keine Vermutung. Wie kommst du da drauf? Keiner Wüste. Also Savanne oder wie man auch immer das in der Hennen sitzt. Wo bist du denn jetzt? Am Schweinendorf. Wo denn genau? Am westlichen Rand. In froher Erwartung dich antreffen zu dürfen. So, jetzt bin ich in der Mitte vom Schweinendorf. Direkt in der Mitte. Ich seh's schon, Chris, geh zu einem anderen Schweinendorf. Chris, wo bist du denn? Nee, warte kurz, ganz kurz. Ich muss mal mich hier gerade... Er sagt nicht, du musst jetzt irgendeine WhatsApp-Nachricht verfassen. Nee, ah, ich muss weiter hoch. Wenn du das sagst, Alter, du fliegst sofort raus. Nee, das muss ich nachher machen. Das mach ich nachher. Da fliegst du auch raus. Ist mir egal, wenn du das machen musst. Ist mir egal, wenn du das machen musst. Oder ist... was ist das hier? Chris. Ein Strauß oder so. Ja, ist okay. Alles ist hier zeitabhängig. Ich kann auch Sachen machen, während du hier... Ja, und wenn er auf dich wartet, dann macht er nichts. Und das ist unproduktiv. Und das heißt... Ich bin jetzt am Ende der Straße im Schweinendorf. Komm da mal. Ja, am Ende der Straße. Eine Straße hat zwei Enden. Nein, von diesem... Von diesem Plasterstein-Weg. Achso, okay. Ah, da. Komm mit. Ey, warte mal. Irgendwie... Wie ging das? Wie kann man hier rotieren? Ah, mit E. Mit E und Q. Aber rotier da am besten zurück, sonst findest du dich gar nicht mehr zurecht. Sonst musst du dir einen Kompass brauchen. Ja. Und was gibt's? Der Kompass, der ist legendär. Hat Alex mal benutzt. Here they are. Hättest du das nicht einfach sagen können, dass ich nach Westen laufen soll? das war zwei minuten zwei meter jetzt pvp natürlich nicht hier oben hier oben sind übrigens auch noch büffel das ist schön da suche uns mal eine lagerstätte also ich wollte sagen das lager bauen wir direkt im schweinendorf auf da müssen wir aber auf jeden fall dann ich will ja so meine zweifel wenn ich habe meine meine so baden tipps mit einem dringendorf ist das lustig zwei tipps mit keinem hatte was ist eigentlich niedrig da habe ich auch gerade das kannst du wegschmeißen das brauchen wir für kanonen wir machen keine kanon nein warum machen wir keine Kanonen also für Kanonenpulver brauchen wir machen wir keine Kanonenpulver ja ich will dich mal sehen was du mit Granpaula anfängst das so lange überleben wir sowieso wenn wir es so lange überleben wir sind das ist voll und ganz genug ach so ich würde vielleicht auch mal was essen wäre eine Idee das ist was merkt er ich hab die Büffel getrunken das diese andere sind besser gesagt das unser Leben in euch findet nein hoffentlich nicht Alex hast du jetzt eine Raststätte gefunden oder so was ah ich sehe schon okay Raststätte Du könntest das machen Eine Raststätte ich versuche gerade meine gekochten Beeren noch weiter zu kochen klappt aber das ist immer eine gute Idee ich habe übrigens deine eigene Büffel gefunden Kann ich da auch meine Perlen kochen? Alles schön. Ich habe mir eigene Büffel gekocht. Und Chris, wenn du totes Gebiet siehst, dann streie ich laut auf. Weißt du, was totes Gebiet ist Chris? Ich kann es nur vorstellen. Ja, vorstellen ist jetzt was anderes als... Naja doch, ich war ja schon mal da in der Nähe und deswegen... Ja und ja. Wie sah es aus? Tot. Was heißt du, teiltest du mit? Boah, totes Gebiet. Ja, relativ dunkel und alles und ja. So, jetzt mich mal voll... Ja, da kam dazu vielleicht Tentake raus. Mit ganz 14. Mein Gott, das war vor anderthalb Stunden... Oh, Alex, was ist das hier oben? Ihr habt es gehört, Chris ist ein Kurzzeitgedächtnis. Hey, nicht länger als anderthalb Stunden. Alex, was ist das hier oben? Sollen wir hier reingehen? Hey, Trick! Wir haben, wir haben eine Wohnung. Holzer hat umzäunt. Echt? Wo seit... Du bist... Zehn Asche... Alter, Chris weg! Mal die Kiste zu. Warum? Hören sie einen rein oder was? Seid ihr im Noten von der Sorge? Ja, ganz, ganz oder... Äh, wir sind Nordösten... Nordwest... Alex, ich... Alex, du machst vier, 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 das raus... Also vier, Chris, du brauchst die ganze Scheiße nicht, die da drin ist. Da waren vier Locks drin, die haben... Also hier haben wir unser Lager gemacht. Ich wüsste es, ihr seid ja im Norden? Im Nordwesten. Sagst du. Oh, Buffalo Ghoul. Da oben. Fuck. Hast du Feuer? Ach du, ach du... Chris, mach deine Funzel an. Mach deine Funzel an. Ich setz... Ich setz... schon. Wenn nicht, ist Alex. Okay, ich nehm den Feuerstaub und zöhn hier alles ein. Das... Sieht zumindest genauso aus, wie das, was wir hatten, ne? Wenn ich mal dran erinnern darf, Alex. Komm, Chris, gib mir kurz. Nimm mal weg. Mua. Ich hab grad... Ich hab grad... Chris hat ein Feuer gemacht, was soll das? Dein Ernst, Chris? Dein Ernst? Ja? Er kriegt von mir ne Schelle. Ne Kopfschelle? Ich glaube, ich muss beim Mikrofon ein bisschen leiser tun. Ich hab grad... Ich glaub, das ist grade gut untergegangen, was du gesagt hast. Ich glaub ich nicht so. Naja. Das... In Bezug auf die Schelle, aber das lassen wir jetzt mal. Achso, hab ich das wirklich gesagt? Ja, ich glaub... Könnt ich schwören, ich hab's nur gedacht. Ich glaube, du hast nicht gesagt, aber es ist so dermaßen untergegangen. Ja, nein. Ich hab's nur gedacht. Das wär nicht so weit. Alex, hast du hier ne Fackel reingetan? Ja, die lässt du auch da drin. Ist ja kommentiert. Ich könnte ne Science Machine für euch aufstellen. Für euch unterbricht. Perfekt. Stell sie hin. Kannst das denn außen? Ich bin so weit oben. Am Lagerfeuer, damit man gleich beides machen kann. Sich wärmen und äh... So viel gleichzeitig da. Aber ich kann... Was kann man da machen? Ja. Sachen, die du vorher nicht konntest. Ich kann da genau nix machen. Falsche. Wenn du das anzündest. Wenn du das anzündest. Ich raste aus. Ich baute keine neue Krise. So. Ich geh auf Bärenbusch. Ich kann damit nix machen. Viel Spaß. Ich kann damit nix machen. Du sollst nur daneben stehen. Und dann kannst du ganz viel machen. Das ist dumm. Ah. Okay. Ja, das soll steht ein. Chris, mach dir ne Schauf hier und ich hab ne Fackel gefunden. So schön. Nix, was ist blödes? Ich bin auf dieses Ufer gestorben. Geht dir nach irgendwie. Dann würde ich mal sagen, ob ich im nächsten Part tatsächlich Bärenbusche finde. Oder ob ich die finde. Oder ob beide sie finden. Oder ob Chris wirklich schon im nächsten Part stirbt. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Wenn nötig. Das seht ihr. Ja. Im nächsten Part. Nötig bitte. Ja. Das sagst du. Hast du irgendwie in letzter Zeit sehr gerne gesagt. Im nächsten Part seht ihr. Ja genau. Und das seht ihr im nächsten Part. Nur ein bisschen anteasern. Die anderen Leute. Ich finde das mal lustig, wenn du das mal doppelt sagst mit dem nächsten Part. Die Leute sollen ja auch kommen. Wieder. Cool. Wieder mal kommen, um zuzuschauen. So. Also ich sag dann, wenn es euch gefallen hat. Positive Bewertungen. In den Kommentaren. Abonnieren. Und subscriben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.